Jo, willkommen zu dem neuen Video von Loser Comedy, ich der Profi und der Typ neben mir als richtiger Spast. Loser Comedy Team. Ja, Loser Comedy Team. Ihr wisst ja schon, wie wir es meinen. Wir haben heute ein paar Telefon-Franks gemacht, wir haben uns gegenseitig 5 Wörter aufgeschrieben und dann jeder von uns hat zweimal bei jemanden angerufen und versucht, dass die nicht rauskriegen, dass wir die eigentlich nur verarschen. Ja, ihr kennt die Challenge wahrscheinlich schon und, falls man ihn nicht verstanden hat, ich erkläre es nochmal. Also, jeder hat 5 Wörter und wir rufen halt bei solchen Nummern an und wollen die Leute dann ein bisschen pranken, auf den Arm nehmen, wie auch immer. Und das hat also selten geklappt. Ich glaube, wir haben 4 Mal das geschafft und 8 Millionen gefühlte Male verkackt. Aber ihr könnt jetzt selbst hören. Kommen beim Lidl-Kundenservice. Vielen Dank für Ihren Anruf. Kein Problem. Der nächste frei werdende Mitarbeiter ist für Sie reserviert. Da macht jeder einen Prank, oder? Willkommen beim Lidl-Kundenservice. Mein Name ist Kögel. Schönen guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Schulz. Hallo. Tut mir leid, falls ich Ihnen jetzt auf die Eier gehe oder so. Ich habe keine. Kein Problem. Ja, okay, dann. Ja, ich weiß jetzt nicht. Also, ich bin letztens in eine Filiale gegangen und dachte, da gibt es ein Telefon zu kaufen. Ich weiß nicht, von wann das ProRespekt war oder sowas. Nee, wir hatten keine Telefone. Nicht? Nein, nicht die letzten vier Wochen. Und Lupina? Also dieses Getränk, weil, ähm, das hat letztens ein Kumpel von mir angeblich im Lidl gekauft. Hm. Sagt mir jetzt gar nichts. Okay, tut mir leid. Ja gut, dann werde ich mir gleich mal eine Kinderschokolade kaufen. Ja, genau. Oder vielleicht eine Überraschung zu einer. Ja. Tschüss. Guten Tag, der Indrucker Rie. Mache ich zu sprechen mit Heidi Hahn? Ja, hallo. Ähm, ich habe jetzt so ein kleines Problem. Unser Freund von mir hat mir so ein Produkt empfohlen. Die ist, der sieht so ähnlich aus wie eine Uhr. Also ich... Was hat er Ihnen empfohnt? Also, so ein Produkt, das sieht ähnlich aus wie eine Uhr. Also, am Anfang kann man damit nicht so anfangen. Damit, ähm, soll man anscheinend mit dem Handy besseren Empfang für eine Auslandsüberweisung haben. Auf jeden Fall... Wie soll das heißen? Das Produkt? Ähm, ja warte, das schaue ich gerade nach. Oh, mein Freund ist gerade kacken. Ähm. Ähm. Oh, das habe ich gerade kurz vergessen. Ich rufe gleich nochmal an. Ja. Axel, ich habe alle Wörter aufgesagt. Und jetzt nicht gemerkt. Ich hatte so und so. Gleich an. Und ich weiß nicht. Hallo. Willkommen bei Amazon. Hallo. Auspachen Sie, dass wir Anrufe zu Schulungszwecken aufzeichnen. Das lässt auch. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, so drücken Sie bitte die Zwei. Bitte. Falls Ihr Anliegen eine bereits aufgegebene Bestellung betrifft, bitten wir Sie, Ihre Bestellnummer oder E-Mail-Adresse bereitzuhalten. Guten Tag. Ja, es hört sich jetzt echt takke an bei mir. Ich muss da selbst lachen, wenn ich das sage. Aber ich weiß nicht, wie ich Ihnen das beschreiben soll. Ich war gerade am Stuhlgang. Ja, es hört sich komisch an. Ich hatte kein Klopapier, habe eine Serviette benutzt. Liegt wahrscheinlich dran, dass ich Alzheimer habe, weil, ja, ich habe kein Ding, kein Klopapier mehr gehabt. Und dann habe ich halt einen Apfelsaft getrunken und wollte halt bei Ihnen Klopapier kaufen, aber irgendwie war das ausverkauft. Ich weiß nicht, warum. Stinkt da. Liege, du musst auf seine Antwort warten. Ja, hallo. Ich bin's. Ich weiß nicht, ob Sie die selbst sind. Ich habe vorhin schon angerufen, aber jetzt weiß ich, wie das Produkt wieder hieß. Und zwar... Nun, ja, auf jeden Fall, was jetzt ein Teil ist, hat der mir gesagt, weil ich immer so schlechten Handyempfang hatte, der nennt es immer Leute, hat er mir gesagt, dass ein Produkt von ihm, namens Bilou, hilft, dass man besseren Handyempfang bekommt. Wenn man zu Bilou aufs Handy sprüht, ähm, bekommt man besseren Handyempfang. Und da soll halt voll... Der hat aufgelegt. Der ist gewonnen. Warum? Ich muss doch ausfallen. Ja, ich bin du. Digga, ab, mach. Warte, das ist ja noch. Der Markt ist nicht mehr erreichbar. Nicht mehr erreichbar. Kickechen geht echt scheiße. Ich küsse, die Momente. Deine Nummer für Fernsehen. Hallo, herzlich willkommen auf der Mega-Dating-Line. Wenn du auf der Suche nach neuen Kontakten und einem Austausch mit sympathischen Männern bist, bist du bei uns genau richtig. Rede zunächst die Sternchentaste. Dies ist ein Service von Megacom. Bei technischen Problemen, Fragen oder Anregungen wähle 0211-777-90217. Wähle zunächst die 0. Um bei uns so richtig mitmachen zu können, ist es besser, wenn du dein Telefon auf Tonwahl umstellst. Das heißt, es muss tiefen, wenn du eine Taste drückst. Entweder hast du einen Schalter am Telefon oder versuch es mit folgender Tastenkombination. Speichertaste, Stern-Taste, Speichertaste und dann die 0. Was? Ich mach keine Ahnung. Speichertaste, Stern-Taste, Speichertaste und dann die 0. Mach mal. Mach mal. Mach gar nichts. Oder schau einfach in der Bedienungsanleitung deines Telefons nach. Was? Ich lasse es drauf ankommen. Das ist doch jetzt ein... Ich bin neu. Bevor es losgeht, müssen wir dich kurz auf der Line anmelden. Keine Sorge, das geht ganz schnell. Ist unkompliziert und fähig. Ich bin nicht weggegangen.